Sind Sie für den Bereich Regulatory Affairs oder Qualitätsmanagement in Ihrem Unternehmen verantwortlich, direkt oder indirekt, dann wird dieses Video vielleicht eines der wichtigsten sein, das Sie sich auf absehbare Zeit ansehen werden. Denn darin geht es um nicht weniger als um die Zukunft dieser Bereiche. Ich möchte Ihnen schildern, wie ich diese Zukunft sehe und vor allem, was das für Sie bedeutet. Damit es keinen Zweifel darüber gibt, ob Sie hier jetzt richtig sind oder nicht. Dieses Video wendet sich insbesondere an Sie als Eignerin oder Eigner von einem Medizinproduktehersteller, an Sie als Vorstand, als Geschäftsführerin oder als Bereichsleiterin bei einem Medizinproduktehersteller und auch an Sie, wenn Sie die Bereiche Regulatory Affairs oder und Qualitätsmanagement verantworten und dort vielleicht wesentliche Entscheidungen treffen. Denn mit diesem Video möchte ich Ihnen helfen bei den wichtigsten strategischen Entscheidungen für die nächsten Jahre. Und das kann ich vorwegnehmen, das sind Entscheidungen, die gut wären, wenn Sie sie treffen würden. Denn sie sind für das Gedeihen und für den Erfolg Ihres Unternehmens sehr, sehr wichtig. Sich nicht zu entscheiden ist natürlich auch eine Option, aber das würde bedeuten, später hinterher rennen zu müssen. Und jetzt zu entscheiden bedeutet eben, aktiv gestalten zu können. Starten möchte ich mit dem Überblick in das Video. Zuerst betrachten wir die Ist-Situation. Dafür benötigen wir so etwa 90 Sekunden. Dann sollten wir darüber sprechen, zu welchen Komplikationen diese Situation führt. Auch dafür werden wir nicht länger brauchen. Und anschließend möchte ich dann mit Ihnen darüber nachdenken, wie die Situation idealerweise sein sollte, dass wir uns alle erträumen, wie internationale Zulassungen, wie die Inverkehrbringung und wie die Überwachung der Produkte, ja wie Ihre ganze Regulatory- und QM-Abteilung arbeiten und mit anderen Abteilungen und Zulassungsbehörden im Idealzustand integrieren sollten. Ja, diesen klaren Traum halte ich für wichtig, weil er uns, Ihnen und wir, ein klares Zielbild verschafft. Und wenn wir wissen, wohin die Reise gehen soll, ja dann finden wir auch einen Weg. Dieser Weg, dieser Lösungsansatz, das ist Ihre Strategie, Ihr strategischer Ansatz. Und auch den stelle ich Ihnen in diesem Video vor. Genauso wie die konkreten Schritte, wie Sie diese Strategie dann umsetzen können. Schauten wir mit dem Blick auf die teilweise doch etwas ernüchternde Ist-Situation. Sie leiten möglicherweise, wie fast alle Firmen darunter, dass die Zulassung ihrer Produkte immer länger dauert. So zeigen die Zahlen, die wir erhoben haben, dass die Firmen Monate auf die Zertifikate warten. Wohlgemerkt nach erfolgreichem Audit bzw. nach erfolgreichem Review der TechDoc. Und in der Kategorie mit den Zulassungsverfahren, bei denen das Verfahren schon über 18 Monate dauert, warten drei Viertel der Firmen immer noch aufs Zertifikat. Dann haben wir zusätzlich divergierende regulatorische Systeme. Das liegt daran, dass Europa mit der MDR und der IVDR, aber auch mit orthogonalen Verordnungen wie der KI-Verordnung doch einen eher rigiden, einen modulitischen Weg geht. Hingegen ist die FDA dabei, ihre Moduliten zu zerlegen. Sie spricht ja sogar von Regulatory Lego und von neuen Zulassungsverfahren, die sie etablieren will. Die regulatorischen Anforderungen, die Sie in Summe zu bewältigen haben, steigen und steigen. Denken Sie doch nur an die Anzahl der MDCG-Dokumente. Und die sind ja nur ein Bruchteil der mehreren tausend Regularen, die zum Beispiel wir hier im Institut für die Hersteller überwachen. Und die Regularen werden ja nicht nur mehr von der Anzahl her, sondern sie werden auch immer komplexer. Mit der Zulassung ist es leider noch nicht getan. Das dicke Ende kommt für viele, nämlich von der PMS, der Post-Market Surveillance erst durch. Was das an Aufwand bedeutet, das beginnen viele erst jetzt zu erahnen. Gleichzeitig werden auch die Produkte komplexer. Sie werden vernetzter. Und Sie, also Ihre Firma, wandeln sich vielleicht gerade von einem Produkt zu einem Lösungsanbieter. Dass Ihre Produkte anspruchsvoller werden, heißt leider nicht, dass Sie dafür mehr verlangen dürfen. Denn die Taschen der Krankenkassen und der Patienten werden leider nicht tiefer. Im Gegenteil, die Preise stehen immer stärker unter Druck, auch weil die Gesundheitsdienstleister, also vor allem natürlich auch die Krankenhäuser, sich zu Einkaufsgemeinschaften zusammentun. Was bedeutet das alles für Sie? Wenn bei Ihnen die Zulassung zu lange dauert, dann holen die Wettbewerber auf. Die lukrativen ersten Monate mit den hohen Margen können Sie leider nicht nutzen. Denn ohne die Zulassung dürfen Sie eben nichts verkaufen. Das heißt, Ihnen fehlen die Umsätze. Während die Kosten natürlich die ganze Zeit weiterlaufen. Zudem bedeuten die divagierenden und immer umfangreicheren und komplexeren regulatorischen Anforderungen für Sie auch immer mehr Aufwände. Doch was wollen Sie tun? Mehr Menschen einstellen? Das kann man machen, aber das kostet noch mehr Geld, falls Sie die Person überhaupt finden. Dass es beim Personal ein Problem gibt, das zeigt die Nachfrage zum Beispiel nach unserem Regulatory Affair Studiengang. Experten zu finden ist schwer. Der Fachkräftemangel ist eben längst Realität. Aber es sind ja nicht nur die Gesetze, Verordnungen, Normen und so weiter, die uns fordern. Eben auch die Produkte selbst, wie gerade gesagt, die werden vernetzter und komplexer. Und mit vernetzteren und komplexeren Produkten und Lösungen steigen nicht nur die Risiken durch die Produkte selbst, also sprich die Risiken für die Patientensicherheit. Auch höhere regulatorische Risiken gehen damit einher. Denn die Gesetzgeber können noch so viele Regularen veröffentlichen. Sie rennen der Realität immer hinterher. Vielleicht ein Beispiel. Aktuelle Regularen wie die MDR und die IVDR sind ja noch nicht mal vollständig angekommen. Aber deren Themen sind schon jetzt nicht mal ganz aktuell. Also da sprechen Sie von mobilen Plattformen. Ja, und was ist mit Cloud-Plattformen? Und was ist mit KI? Wo sind die Vorgaben an ganze Systeme von Medizinprodukten? Bis auf einen wenig hilfreichen Artikel 22 gibt es die nicht. Und wo es keine Vorgaben gibt? Ja, da urteilt jeder Auditor und jeder Review unterschiedlich. Und das wird dann zu Ihrem regulatorischen Risiko. Ich habe versprochen, nicht mehr als 90 Sekunden für die Komplikationen aufzuwenden. Daher stoppe ich jetzt mal hier. Aber in der Zusammenschau ist bereits jetzt klar, wir regulieren immer mehr, gefährden unsere Wettbewerbsfähigkeit und schaffen kein mehr an Patientensicherheit. Ich bin der Meinung, so kommen wir nicht weiter und so dürfen wir und so dürfen auch Sie nicht weitermachen. Denn sonst sind wir bald alle weg vom Fenster. Und das ist keine Panikmache. Das ist genau das, was selbst das Chef des FDA Centers für die Medizinprodukte sogar für die USA befürchtet. Jammern und Panik helfen leider nicht. Also was tun? Wir müssen erst mal wissen, was Sie überhaupt wollen, wie die Idealsituation aussieht. Und genau darüber möchte ich mit Ihnen jetzt sprechen. Denn das hilft Ihnen, Ihr Zielbild, das heißt, das Zielbild für sich, für Ihre Organisation und für Ihre Firma zu entwerfen. Und dieses Zielbild, das benötigen Sie für Ihre strategische Ausrichtung. Das ist Ihr Leitstern. Ihr Zielbild oder Ihr Traum oder Ihr attraktives Zukunftsbild, das sind wahrscheinlich die gleichen wie bei mir auch. Die Zulassung ist überhaupt kein Thema mehr, das uns umtreibt. Denn in der idealen Welt wissen Sie bereits, dass Ihre Produkte schnell und wann immer Sie das wollen, die Zulassung erhalten. Egal in welchem Markt. Damit ändert sich auch Ihre Rolle bzw. die Rolle Ihrer Regulatory Affairs Abteilung entscheidend. Ihre Abteilung ist jetzt nicht mehr der Verschiebebahnhof und Dokumenten. Da sitzen jetzt nicht mehr die Nerver, die ständig irgendwelche Dokumente anfordern und dann ändern und dann von A nach B verschicken. Vielmehr sitzen dort Ihre internen regulatorischen Strategieberater für das Business und das Topmanagement. Das heißt, Sie treffen jetzt Entscheidungen, mit welchen Produkten Sie in welchen Reihenfolgen, in welche Märkte gehen. Nicht mehr, weil jetzt ein bestimmter regulatorischer Weg einfacher ist. Nein, Sie treffen die Entscheidungen so, wie Sie sie treffen, weil es aus Business-Sicht die richtige Entscheidung ist. Und das Gleiche gilt auch für Ihre Produkte bzw. Systeme. Die entwickeln Sie so, wie Sie sie entwickeln, weil es richtig für den Markt bzw. richtig für die Patienten ist und weil es eben die besten Produkte sind. Und Sie entwickeln nicht die Produkte und Systeme danach, dass Sie sie am einfachsten durch die Zulassung bringen können. Auf diese Weise wandeln sich Ihre Regulatory und Ihre QM-Abteilung zu Regulatory Intelligence Abteilungen. Das heißt, Sie überwachen, wie zum Beispiel der Wettbewerb von regulatorischen Änderungen betroffen ist. Sie versorgen das eigene Management und die eigene Entwicklungsabteilung mit neuen Insights, mit Trends und mit Vorschlägen. Wohlgemerkt, das machen Sie mit einem weltweiten Blick und werden so zum geschätzten internen Dienstleister. Mit der neuen Rolle ändert sich auch Ihr Business. Während Ihre Konkurrenz in monatelangen Iterationen mit Behörden und benannten Stellen um die Zulassung kämpft, sind Ihre Produkte längs im Markt. Sie profitieren endlich von diesem First-Mover-Advantage. Das heißt, Sie erfreuen sich doch der hohen Margen, in den frühen Phasen der Vermarktung, in denen es noch keine Konkurrenz gibt. Sie verdienen, während die Kostenur bei der Konkurrenz weiter tickt. Und dieses Geld nutzen Sie natürlich klug, zum Beispiel um gleich die nächste Innovation anzustoßen und die Konkurrenz einen weiteren Schritt abzuhängen. Merken Sie, das wird dann zur Erfolgsspirale. Damit haben Sie in dieser idealen Welt die Zeit, sich über Systeme, über Lösungen für ganze Behandlungspfade Gedanken zu machen, über neue Geschäftsmodelle und darüber, wie Sie Ihren Kunden und damit natürlich auch Ihren Patienten nachhaltig helfen und sich bei den Kunden als unersetzbarer Partner verankern können. All das schafft Ihnen einen Ruf als wirklicher Innovator. All das gibt Ihnen die finanzielle Sicherheit, die Planungssicherheit und damit auch die Sicherheit für unseren und für Ihren Standort hier in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz. Ja, damit sind wir jetzt bei der großen Frage, wie schaffen wir, wie schaffen Sie diesen Traumzustand? Was müssen Sie strategisch tun, um ihn zu erreichen? Und dieser Lösung kommen wir näher, wenn wir uns die Situation und die Komplikationen nochmals ansehen und abstrahieren. Denn so erkennen wir, dass es zwei Lösungsansätze gibt. Wir können das regulatorische System verbessern oder und wir können unseren Ansatz verbessern, um darin trotz aller Widrigkeiten im bestehenden regulatorischen System den gerade geschilderten Traumzustand zu erreichen. Die erste Option ist zumindest teilweise außerhalb Ihrer Einflusssphäre. Aber genau daran arbeiten wir am Juni-Institut. Beispielsweise beim World Medical Device Summit, wo sich die FDA, die EU-Ministerien auf Bundes- und Landesebene treffen, um eben über bessere Regulatorik zu sprechen. Allerdings ist das regulatorische System nichts, was wir von heute auf morgen ändern können. Und deshalb konzentrieren wir uns jetzt in diesem Video auf den zweiten Ansatz. Da besteht eben darin, dass wir uns in dem Traumzustand nähern. Doch was unterscheidet jetzt die Jetzt-Situation von diesem Traumzustand? Was ist das wesentliche Gap? Es ist immer das Gleiche. Es sind die hohen Aufwände. Aufwände, um Regularen zu verfolgen, Aufwände, um die Regularen zu kapieren, Aufwände, um ein einheitliches Verständnis der Regularen zu schaffen, Aufwände, um die Regularen dann auch zu befolgen tatsächlich und um die Einhaltung dieser Regularen auch sicherzustellen. Doch jetzt habe ich eine gute Nachricht. All diese Aufwände können Sie weitgehend eliminieren. Und das wissen wir, denn wir haben uns das mit unseren Regulatory Scientists und Requirements Engineers genau untersucht. Bei Herstellern ebenso wie bei Behörden und ebenso wie bei benannten Stellen. Der große Teil der Arbeit, und das sind völlig unnötige Fleißarbeiten und damit völlig unnötige Aufwände. Ich gebe Ihnen Beispiele. Starten wir mit der technischen Dokumentation. Viele Informationen sind bereits in den Systemen vorhanden. Die Systemarchitektur liegt bereits in der Konstruktion vor. Die Testergebnisse sind im Testtool. Die Zweckbestimmung steht in der Gebrauchsanweisung. Und das Beispiel Gebrauchsanweisung, das zeigt zudem, viele Informationen werden zudem noch redundant erfasst. Das bedeutet aber nicht nur unnötige Aufwände, sondern das erhöht auch die Risiken, weil diese Informationen dann nicht konsistent gepflegt werden. Ich möchte das auch hier mit dem Beispiel untermahlen. Die Zweckbestimmung in der Gebrauchsanweisung ist nicht identisch mit dem Dokument mit dem Titel Zweckbestimmung. Das weicht wieder ab von der Usability-Akte. Denken Sie vielleicht an das Kapitel 5.1 der IEC 62.366.1. Und das ist nicht konsistent mit der Risikomanagement-Akte. Für all die das kennen, Kapitel 5.2 der ISO 1491. Und das ist wieder was anderes als in der klinischen Bewertung und so weiter. Und das ist nicht gut, denn all diese Dokumente enthalten die immer gleichen Informationen. Nicht nur redundant, sondern oft eben in mehreren Varianten. Und das bemerkt natürlich auch Ihre benannte Stelle und schreibt Ihnen dann entsprechend die Abweichung. Hingegen wünschen die benannten Stellen die nahezu gleichen Informationen in unterschiedlichen Darstellungen. Also zum Beispiel möchte Sie die Information zum Risikomanagement in diesem Kerndokument der technischen Dokumentation sehen. Dann wollen Sie es etwas anders haben in der MDR bzw. IVDR-Checkliste unter dem Punkt Risikomanagement. Und dann wollen Sie es wieder anders dargestellt haben in der Risikomanagement-Akte. All das ist völlig unnötige Arbeit. Genauso wie es eine unnötige Fleißarbeit ist, dass jemand in der Checkliste explizit eintragen muss, dass es keine Softwarearchitektur gibt, weil das Produkt ja auch gar keine Software hat. Umgekehrt kann es aber Nacharbeiten geben, und zwar unnötige Nacharbeiten, wenn zum Beispiel erst nach der x-ten Iteration herausgefunden wird, dass bei der elektrischen Sicherheitsprüfung vergessen wurde, die Anforderung des Kapitels 18.4, das ist von der 60601, einzuhalten. Und es, obwohl in der Zweckbestimmung seit Monaten gestanden ist, dass das Produkt handgehalten ist. Weshalb muss eine Regulatory Affairs Abteilung Dokumente für verschiedene Zielmärkte in immer anderen Kombinationen und in immer anderen Formatierungen zusammenstellen? Ich denke, es wird klar, die allermeiste Arbeit ist unnötig. Sie kann komplett automatisiert werden. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass das im gleichen Maß für die benannten Stellen zutrifft. Und das erklärt vielleicht auch den Engpass dort. Ich weiß, dass die Begriffe völlig überstrapaziert sind und ich will auch keine Buzzwords um mich werfen. Aber hier steht wirklich eine digitale Transformation und nicht weniger als eine Disruption kurz bevor. Daran wirken wir auch mit und darüber möchte ich mit Ihnen jetzt noch kurz sprechen. Denn in der neuen Welt, die wir schaffen, dauerte die Zulassung nicht mehr Monate. Vielmehr wissen Sie als Hersteller in dem Moment, indem Sie etwas in dem System erfassen, ob das korrekt ist, ob das vollständig ist und konsistent. Genau wie ein Steuersparprogramm Ihnen in Realtime anzeigt, wie weit Sie mit dem Erfassen der Daten sind, was noch fehlt und wo Widersprüche sind, genauso kann eine digitale Zulassung in Realtime Rückmeldung geben. Wenn es beim Steuerrecht möglich ist, dann ist es auch beim Medizinprodukterecht möglich. Denn das deutsche Steuerrecht ist eines der komplexesten der Welt. Und im Gegensatz zum Steuersparprogramm müssen Sie nicht alle Informationen bei den Medizinprodukten von Hand eingeben. Schließlich holt Ihnen Ihr Steuersparprogramm ja die Daten nicht automatisch von der Krankenversicherung ab. Aber genau diese Interoperabilität mit bestehenden Systemen, zum Beispiel ALM-Systemen, ERP-Systemen und so weiter, die schaffen wir und damit die Disruption über die ich gerade spreche. Diese neue Welt liegt auch nicht in der fernen Zukunft. Sie wird bereits jetzt Realität. Wir arbeiten daran, dass Ihr RA-Team Akten auf Knopfdruck einreichen kann, noch dieses Jahr. Und mit Knopfdruck im System macht die Regulatory Affairs Managerin die Einreichung sozusagen als eine One-Click-Submission and Review. Sie hatten vollständigen Überblick über das Zulassungsverfahren. Auch gehören Dokumente bald auf Vergangenheit an. Weshalb sollte man strukturierte Informationen in Dokumente mit unstrukturierten Informationen überführen, damit dann auf der anderen Seite die Behörde oder die benannte Stelle wieder mühsam diese strukturierten Informationen extrahiert. Das ergibt doch keinen Sinn für es noch nicht mehr in den 80er Jahren. Die Regulatory Affairs Managerin, über die ich gerade gesprochen habe, die die Einreichung machte, die konnte die Unterlagen auch guten Gewissens freigeben und übermitteln. Denn sie hatte im Dashboard erkannt, dass alle Unterlagen konform sind. Und das war wieder kein Zufall. Denn bereits zuvor hatte das System alles geprüft. Zum Beispiel, es hatte das Use-Szenario, das der Usability-Experte als sicherheitsbezogen bewertet hat, automatisch in der Risikomanagement-Akte ergänzt. Nachdem der Entwickler eine kritische Komponente geplant hat, sorgt das System sofort dafür, dass der Qualitätsmanager sofort einen Hinweis bekommt, dass eine Lieferantenqualifizierung aussteht. Ein kurzes Video und ein Verweis auf das Kapitel dann in der 13485 hilft dann dem QM-Manager, diese Qualifizierung zu planen, letztlich den Lieferanten freizugeben und die Konfirmität zu gewährleisten. Auch für die Entwicklung war die Sache einfacher als bisher. Denn zuerst hatte der Produktmanager wesentliche Produktstammdaten eingegeben. Also zum Beispiel, ob das Produkt mit dem Patienten in Kontakt kommen soll, an welche Versorgungsnetze es angeschlossen werden soll oder ob es von Laien bedient werden soll. Und dann hat das System sofort die technische Dokumentation entsprechend strukturiert. Alles ausgeblendet, was für das Produkt nicht relevant ist und alle Eingaben freigeschaltet, um die sich die Entwicklung jetzt kümmern muss. Das System hilft weiteren Rollen. Nachdem zum Beispiel das Produktmanagement die Zweckbestimmung eingegeben hatten, wussten alle betroffenen Rollen gleich Bescheid und gaben dann auch gleich Feedback. Also Clinical Affairs, Risikomanagement, Usability Engineering und so weiter. Und dabei fiel dann auch auf, dass man sich noch gar nicht einig war. Und das wiederum half, schnell diese Einigkeit zu erzielen, erst sogar eine klinische Prüfung zu vermeiden, die sonst die Vermarktung nämlich um anderthalb Jahre verzögert hätte. Der Projektleiter, der verfolgte all das im Dashboard und sah, welche Aufgaben noch zu erledigen waren und welche Aufwände das bedeutete. Das wiederum war super hilfreich, weil so konnte er sich dann mit dem Vertrieb abstimmen und die Launch-Kampagne entsprechend planen. Sie stellen sicher fest, durch das System ändern und vereinfachen sich die Prozesse über den kompletten Produktlebenszyklus. Das beginnt bei der Entwicklung, geht weiter über die Zulassung bis hin zur Post-Market-Surveillance. Mithilfe der Plattform entstehen auch alle regulatorisch notwendigen Outputs, zum Beispiel die technische Dokumentation, die marktspezifischen Zulassungsunterlagen und so weiter. Das System, das ich vielleicht auch besser als Plattform bezeichnen sollte, automatisiert auch die Post-Market-Surveillance und erzeugt dann entsprechend die Berichte wie diesen PSUR, den Periodic Safety Update Report. Es weist darin zum Beispiel auf Material hin, das sich bei einem Wettbewerbsprodukt als kritisch erwiesen hat. Es übermittelt dem Biocomp-Manager oder Managerin sofort die Quellen und ein State-of-the-Art für die Bewertung. Auch die kontinuierlichen Überwachungsaufgaben, darunter viele aufwändige Fleißarbeiten, nimmt die Plattform ab. So überwacht sie die Tausenden von Regularen und informiert über Änderungen. Sie sagt auch konkret, welche Produkte diese Änderungen betreffen und gibt auch ebenso konkrete Maßnahmenempfehlungen. So erfahren sie zum Beispiel, dass die GAP-Analyse zur neuesten Version der ISO 149170 noch aussteht. Und die Plattform informiert und warnt ihre Regulatory Affairs-Abteilung beispielsweise, dass ein Zertifikat in Südamerika in drei Monaten ausläuft. Letztlich hat nicht nur das Regulatory Affairs-Team über ein Dashboard die Compliance im Blick. Von überfälligen Aufgaben bis hin zum Stand von Zulassungsverfahren. Und all das schafft unsere Regulatory Affairs-Managerin, über die wir vorhin sprachen, Zeit. Und die muss sie auch haben, denn jetzt ist sie Teil des Führungsteams für strategische Produkteinführungen. All das ist keine Zukunftsmusik mehr. Aber gleichzeitig ist es auch nichts, was sie über Nacht erreichen können. Deshalb heißt es ja auch digitale Transformation. Es ist ein Transformationsprozess. Aber den sollten Sie jetzt angehen. Weshalb? Darüber haben wir zu Beginn gleich gesprochen. Sie erinnern sich. Nicht zuletzt, weil Sie sonst schlicht nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Denn die anderen, die haben diesen Weg bereits eingeschlagen. Wir am Yon-Institut helfen Ihnen bei dieser Transformation aktiv. Und in jahrelanger Forschung und Entwicklung haben wir Werkzeuge, Prozessmodelle, Datenmodelle und Konzepte erarbeitet. Und zwar gemeinsam mit den Herstellern, mit den benannten Stellen und den Gesetzgebern. Haben alles abgestimmt und können Ihnen dieses einzigartige Wissen nun endlich auch in Enterprise Softwarelösungen zur Verfügung stellen. Alle Parteien, die Hersteller, die benannten Stellen und die Behörden begleiten wir bereits bei dieser Transformation. Gern auch Sie. Wie wird das ablaufen? Wir starten mit einer Bestandsaufnahme Ihrer Prozesse, Ihrer Organisation und Ihrer IT. Wir beschreiben dann Ihr jeweiliges konkretes Zielbild, finden die Quick Wins, wenn man so sagt, präsieren auf diese Weise und entscheiden, welche Ziele wir gemeinsam zuerst umsetzen. Das planen wir dann gemeinsam, setzen es mit Ihnen um und kontrollieren gemeinsam fortlaufenden Fortschritt und den Erfolg. Denn das, dieser iterative Ansatz, der erhöht die Geschwindigkeit und minimiert die Risiken. Ein Teil der Arbeit besteht darin, Ihre bestehenden Prozess- und Datenmodelle auf etablierte Konzepte zu mappen und dann eben in diesen iterativen und inkrementellen Schritten die Organisation, die Prozesse und die IT an diesen Zollzustand anzupassen. Das Ziel ist ja immer das gleiche. Die jeweilige Organisation, also Ihre Organisation, auf das nächste Niveau zu bringen und damit unnötige Arbeiten und Kosten eliminieren. Und das ist eine Menge. Bei Ihnen die Time-to-Market zu reduzieren, also ich möchte sagen zu revolutionieren, Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, Ihre Konfirmität zu erhöhen und so regulatorische Risiken zu minimieren und regulatorischen Ärger zu vermeiden. Und natürlich auch das Ziel erreichen, das uns alle eint, mit sicheren, mit bezahlbaren und leistungsfähigen Medizinprodukten den Patienten zu helfen. Ja, und nicht zuletzt auch natürlich damit im Wettbewerb erfolgreich zu sein. In diesem Video habe ich Ihnen Überblick über die aktuelle Situation, die Ist-Situation gegeben, die damit einhergehenden, wie ich finde, bedenklichen Komplikationen. Sie wissen jetzt, dass Sie handeln sollten, denn sonst würden Sie zu den Personen zählen, die durch nichts tun bzw. durch Nicht-Treffen von Entscheidungen ja auch Entscheidungen treffen. Und das wäre wahrscheinlich eine Entscheidung, die eher Ihre Konkurrenz gut finden würde. Ich habe Ihnen auch ein Idealbild vorgestellt und habe gezeigt, wie Ihnen die digitale Transformation als zentraler Lösungsansatz hilft, zu diesem Idealbild auch zu kommen. Unsere Mission besteht genau darin, das ganze Ökosystem aus Herstellern, aus benannten Stellen, aus Gesetzgebern und Behörden durch diese Transformation zu begleiten und erfolgreicher zu machen. Geben Sie Bescheid, wenn wir Sie auf diesem Weg unterstützen dürfen. Mit ganz konkreten Schritten. Und Ihr erster Schritt ist wahrscheinlich noch ein einfacherer. Melden Sie sich. Unsere Kontaktdaten, die sehen Sie hier.